Hallo und herzlich willkommen bei Kani Erlebnispädagogik. Ich bin der Andi und wir haben heute vor, Opinels zu tunen. Meine Neffe, links Luca, rechts Dominik, schleifen ihre gerade ab. Das habe ich schon im Vorfeld gemacht. Demnächst sind die Vorbereitungen auch abgeschlossen und wir können die Fritteuse anschmeißen, das frett heiß machen. Empfohlen ist circa 170 Grad und ich bin echt mal gespannt, wie das funktioniert und wie es dann nachher aussieht. So und weiter geht's. Die erste Dose tropft geradeaus. Öl, das haben wir einmal benutzt. Die Fritteuse habe ich übrigens ausgeliehen, weil ich glaube, die zwei können es euch sagen. Von der Oma. Genau, von der Oma, von meiner Mutter. Und jeder, der mich ein bisschen kennt, der wird wissen, dass ich keine Fritteuse daheim habe. Dementsprechend hätten wir es im Topf machen müssen. So, der Füllstand ist relativ gering. So, ich bin jetzt leider ganz blöd auf den Knopf gekommen und da hat es abgeschaltet. Wenn es gerade noch ein bisschen Öl nachgefüllt und den Deckel drauf macht, dann können wir den jetzt einmal starten. Da sieht man nicht wirklich, doch ein bisschen sieht man es. Wie das Öl so durch walgt. So, dann holen wir mal unsere Messer. Wo ist denn eure? Das ist meine die ganze Zeit in der Hand. Du hast deine in der Hand. Zeig sie mal. Ja, das ist ein Opinel 7er und das ein 9er. Ja, das ist auch ein 9er. Du gibst den nicht mit Leugrußstab, oder dem Schleißgrosse. Ja. Okay, das hier ist mein 8er Opinel. Ein ganz normales. Einhandöffenbar. Weil, wie cool ist das denn? Dann habe ich so ein Filetier Opinel, auch ein 8er. Und mein 12er. Genau. Du hast es so oft benutzt, dass es so durchgeleiert ist. Weil du das so machen kannst. Ja. Echt? Ja, wenn man es hat benutzt, ist das so. Wir können es ja bald auch machen. So. Das Licht ist aus. Das heißt, die Fritteuse hat Temperatur. Gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Wir benutzen jetzt nicht das Gitter, weil wir dadurch vielleicht weniger Öl brauchen. Und wie man sieht, hoffentlich, steigen da kleine Bläschen hoch. Und das ist ein Zeichen. Ja, da möchte ich die erste Riemen wegmachen. Ah, Stamperei. Was für eine schlechte Vorbereitung. Genau. Das heißt, dass da Luft aus dem Holz rausgeht und Öl einbringt. Und das ist dann auch am Ende das Zeichen, dass es fertig ist. Nämlich, wenn keine Bläschen mehr aufsteigen. Das wird bei der kleine wahrscheinlich schneller sein. Ja, da sieht man es auch schon bei dem an. Ja, seht schon. Das schwimmt nämlich auch. Müssen wir gucken, dass das nachher vielleicht noch untergeht. So. Empfohlen wird immer, das Messer nicht ganz aufzulassen, weil es sonst einfach zu viel Platz wegnimmt. Sowohl im Topf als auch in der Friteuse. Aber so ein bisschen aufmachen. Das in den Spalt überall. Und auch da, wo die Sicherung nachher wieder drauf sitzt. Das ist alles. So. Die Opinels sind jetzt knappe fünf Minuten drin. Es blubbert. Die Farbe verändert sich noch nicht so, wie in manchen Videos beschrieben. Genau. Aber wir lassen es einfach noch weiter drin. Und dann wird es schon. Genau. Ab und zu mal den Deckel aufmachen. Den Deckel ein bisschen runterdrücken. Und ich habe so ein bisschen der Eindruck, so arg schwimmen wie vorher tun sie nicht, gell? Ja. Ja. Die sind ein bisschen gesunken mit dem Öl, weil es sich schon voll gesetzt hat. Genau. So. Also Deckel wieder drauf. Und abwarten. So. Wir sind jetzt bei zehn Minuten. Und es hat schon ein bisschen nachgelassen. Das Blubbern. Und ich glaube, die schwimmen weniger, je länger sie drin sind. Und die Farbe hat sich ein bisschen verändert. Es ist ein bisschen dunkler geworden. Genau, Luca. Ein bisschen dunkler geworden. Aber ich glaube, das braucht er einfach noch. Ja. Gehen wir das Risiko ein, dass wir die Temperatur noch mal ein bisschen höher machen? Ja. Würde ich schon machen. Man geht schneller. Okay. Und die Wärme gekocht. Der kommt besser. Schneller ist nicht immer besser, lieber Luca. Ja. So. Von der Farbe her hat sich ja schon einiges getan. Ja. Ich habe jetzt auch ein paar dunklere Messer missbraucht. Und habe sie als Gewicht auf die noch hellere draufgelegt. Habe sie gewendet, dass die gleichmäßig kross sind. Und das können wir ein paar festmachen. Na, wie brauchst du? Na, meins braucht man waschen. Ein paar sind tatsächlich, also die Hölzer saugen sich unterschiedlich voll. Das heißt, das ist nicht alles buchen. Ja. Aber wir gucken mal ab. Gucken mal ab, ja. Warten mal ab. Ja. Warten mal ab. Ja. 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 Das ist Müllager auch ein Blättli. Ja. Und durch das Gewicht, dass das Gewicht über die Gänselänge vom Messer ist. Ja. Ist dann ganz unter dem Öl gelegen. Hat sich da auch ganz gut bewährt. Ja. Ja. Und wie man sieht, ist es hier so ein Nusstraum. Hier die Farben. Ja. Jetzt brauchen wir dann wieder ein Stückchen. Das ist ganz schön kompliziert, wenn man sich nicht verbrennen will. Etwas helleres braun. Etwas helleres braun. Na ja. So. Bei dem Rest der Messer. Es sind noch drei Messer. Es sind noch zwei Messer. Das eine ist kleinere. Das meinten. Das ist nicht so dunkel. Die sind nicht hart dunkel. Ja. Und kein Nussbraun, sondern Nussschalenbraun. 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 Ja. Das ist natürlich auch eine Variante. Sieht cooler aus. Ja. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich finde die helleren eigentlich besser. Okay. Und die Farbe her. Mir ist eigentlich egal. Vor allem kann man in die helleren noch den Namen besser einbrennen. Ja. Okay. Genau. Das kann ich nämlich bei meinen auf jeden Fall machen. Bei meinem Zwerfer. So. Komm, es her. Können wir gleich hinterher schmeissen. Nöööööö. Ey, sorry. Aber ich hab keine Pommes in der Hosentasche. Moment. So. Prima. Meist ist wohl schön geholfen. Jetzt lassen wir die abkühlen. Und dann können wir sie abreiben. Dann machen wir die Sicherungsringe wieder drauf. Wie zufrieden seid ihr mit dem Ergebnis? Ich bin sehr zufrieden, schöne Farbe, es geht auch besser wie man sieht. Es geht leichter auf und zu. Ich bin sehr zufrieden. Sehr schön, hat es sich gelohnt. Dominik und du? Ich bin auch sehr zufrieden. Und wir sitzen im Winter nicht. Die Tage, ja. Ja, hat eine schöne andere Farbe. Nicht so arg hell. Das finde ich auch ein bisschen besser. So mehr Opinel. Ja, sicher, dass etwas gespritzt ist. Jetzt noch meine Klinge. Kann man das wegwischen? Ja, bestimmt. Ist das nur Öl? Ja. Okay. Und mein neuner, mein siebener. Auch noch ein bisschen verspritzt. Freckel. Und Freckel vom nächsten Mal benutzen. Genau, frittierter Dreck. Der Dreck schmeckt dann bestimmt auch nicht schlecht. Okay. Dann sage ich mal danke fürs Mitmachen. War cool. Danke schön. Und ihr wisst ja jetzt wie es funktioniert, gell? Ja. Tschüss. Tschüss. So, jetzt kommen wir auch zum Ende von meinem Opinel Imprägnier Video. Meine Neffe sind inzwischen daheim. Ich bin gleich mit der Mittagsrunde fertig. Und ich wollte euch meinen 12er Opinel auch nochmal zeigen. Hat auch sehr schöne Farbe bekommen. Zum Teil ein bisschen ungleichmäßig. Und da bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte ja vielleicht mal ein bisschen drüber schleifen, dass die Maserung dann wieder ganz anders rauskommt. Mit hell und dunkel. Je nachdem, wie das härtere und leichere Holz das Öl aufgenommen hat. Das überlege ich mir dann noch. Ja. Gerade vorhin an der Enz kam ich dann auf die doch ganz glorreiche Idee, mein Opinel einfach mal eine Minute ins Wasser zu hängen und zu gucken, was passiert. Es müsste dann eigentlich, aber man wissen ja alle, eigentlich ist das Wort, was es eigentlich gar nicht gibt. Es müsste eigentlich wasserresistent sein. Ist es leider nicht hundertprozentig. Also ich glaube, ein normales Opinel ohne Behandlung, das sollte man jetzt gar nicht mehr aufkriegen. Das geht minimal schwerer. Das ist jetzt nämlich 25 Minuten her, dass ich das da reingehängt habe. Zwischendurch ist es mal gar nicht mehr aufgegangen. Aber wie man sieht, es ist inzwischen nicht mal mehr 42a konform, weil ich kann es mit einer Hand aufmachen. Also die Verriegelung kann es öffnen und kann es wieder schließen. Und somit habe ich ein Einhandmesser. Ja, das lassen wir einfach mal so stehen. Ich hoffe nicht, verpfeift niemand. In diesem Sinne muss ich euch sagen, ich kann es jedem empfehlen. Und ich werde auch versuchen, das entweder ein zu wachsen oder ein zu ölen von außen, dass es auch wieder glatter wird. Weil die Struktur nach dem Abschmirgeln, das etwas rauere, glattere, halt unlackierte, das ist bestehen blieb. Das ist halt nicht ganz glatt. Und vielleicht öle ich es dann einfach noch ein bisschen ein, dass es so geschmeidiger wird. Auf der anderen Seite ist der Vorteil, es ist ein bisschen griffiger. Es hat was. Genau. Ich bin mit dem Opinel super zufrieden. Es war eine sehr weise Entscheidung, eine kleine Zwölfer zu holen. Beim Schneiden war mein Gedanke, da schnippelt man. Bei einem kleinen Messer hat man dann oft ganz viel da drin hängen. Da drin und da drin und auch zum Teil da in den Verriegelungsring. Und mit einem Zwölfer komme ich doch dann relativ weit und kann sagen, okay, da kann ich auch mal was schnippeln, ohne dass der Schaft verschmiert ist. Und jetzt wird noch ein bisschen was einbrannt. Und es wird so auf jeden Fall hoffentlich ein langer Begleiter. In diesem Sinne, gehabt es euch wohl. Viel Spaß beim Nachmachen. Ah ja, zum Nachmachen wollte ich auch noch kurz was sagen. Danke, genau. Ich habe des öfteren mal die Messer, die schon dunkler waren, auf die hellere draufgelegt, dass die wirklich ganz im Öl drin sind. Weil die Dinger schwimmen halt. Aus Holz schwimmen somit auch im Öl. Das hat sich dann insofern bewährt, dass sie doch recht gleichmäßig dunkel worden sind. Und gegen Ende waren wir dann mit dem Gesamtergebnis von allen Messern sehr zufrieden. Habt ihr ja gesehen vorhin, meine Neffe. Ich bin mit meinen Messern auch zufrieden, mit meinen zwei anderen. Und insofern muss man da öfters mal Umschichten ausprobieren. Mit der Temperatur vielleicht auch mal ein bisschen rumspielen. Ja, genau. Einfach mal was wagen. Ein bisschen mutig sein. Und auch mal mit einem guten Opinel. Also wenn man ein bisschen ans Herz wachsen ist. Einfach mal ein bisschen Individualismus walten lassen. Weil Opinel kann jeder. Sowas kann nicht jeder. Und wenn dann auch diverse Dinge eingebrannt sind, dann ist es wirklich meins. Und zwar, da ist dann auch so ein bisschen emotionale Verbindung drin. Weil man halt einfach was dran geschafft hat. Und dann mit dem Ding schafft. Und das gefällt mir. So. Ich mache aber wirklich Schluss. In diesem Sinne. Gehabt euch wohl. Ich wünsche euch viel Spaß beim eventuellen Nachmachen. und wenn ihr einen Tipp habt, was man vielleicht anders machen könnte, besser machen könnte. Dann schreibt das einfach unten in die Kommentare rein. Genau. Und wenn jemand Fragen hat, natürlich auch. Dann versuche ich die zu beantworten. Und ich werde auch dran bleiben, dass ich das tue. Ansonsten. Da unten unter dem Video gibt es zwei Felder. Das eine ist Daumen hoch. Das andere ist Abonnieren. Dürft ihr beides tun. Wenn ihr überlegt, Daumen runter. Dann lasst lieber ganz bleiben. Das kann ich nicht brauchen. Und wenn Daumen runter. Kann durchaus begründet sein. Aber dann schreibt es auch in die Kommentare rein, warum. Das ist mir ganz arg wichtig. Konstruktive Kritik bin ich immer offen. Aber ich will es dann halt auch wissen, warum Daumen runter. Wenn es bloß einfach nicht euer Ding war. Dann könnt ihr es auch bleiben lassen. In diesem Sinne. Gehabt euch wohl. Und bis die Tage. Aufscher. 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 Bis zum nächsten Mal. Aufscher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017